ARK Der Dino, der heißt so, Mensch du Ach so, okay Und der Stahlhammer, Nero Ja, Servus Der mit der Keule Und der Dynamo Man Hallo Und der Noxy Der große Dicke Ich beherrsche das Licht Und der Acid, aber der Acid ist schon vorgerannt Der Acid, ne, der Acid ist nämlich schon vorgelaufen Und wir haben heute ein großes Ziel Ein ganz großes Wir wollen Materialien sammeln, genau Genau, ein Spinosaurus wollen wir sammeln Einsammeln Komm, wir sammeln ihn mit allem an, los, los In den Krieg Und ich bin dabei auf meinen Web-Tour Haben wir auch gezielte Türen? Sind die Türen zu? Ja, okay Keine Ahnung Habt ihr die Fenster zugemacht? Habt ihr die Heizung runtergedreht? Ja, hab die Waschmaschine zugemacht Die hat ne Herdplatte aus Nicht, dass wir wiederkommen und alles brennt Aber sonst schicken wir den kleinen, Sonst schicken wir den kleinen Dicken los Ja, hol's er Der kleine Dicke Also die haben bis jetzt an so viel Die haben ja bis jetzt an so viel gedacht bei dem Spiel Ich denke nochmal, da kommt das bestimmt auch noch Dass du irgendwann mal anpackern kannst Alles Weißt du, einfach Pfeile mit Öl Dementsprechend, also Stoffpfeile mit Öl Oder einfach anzünden und weg Stoffpfeile? Du musst erst mal nass machen, diese Fliegen Das geht's sehr egal Du brauchst ja sowieso Wir laufen jetzt schon, äh, Nox nach, ne? Das ist richtig gut So, ich hab nochmal kurz eine Schildgröße Ach, ne, wo bin ich doch Ich brauch Fleisch Fleisch Ich hab nämlich ein Level, liebe Leute Und jetzt brauche ich mal meine Heilung ein bisschen höher Damit ich schon mal zwei Prozent mehr Schaden einstecken kann Ja, weil, ja Also, ich hab die Rewano ziemlich leise gedritten Also, das ist doch nicht so komisch Ich bin doch nicht klar, äh Bei mir steht auch, äh Ich muss schreien, weil du musst schreien Ich schreie auch gar nicht Ich bin jetzt grad nicht Deswegen hat es auch so schlecht Das ist das Mikro Das ist das Mikro, das Halt so Und macht es so schrill Also, bei mir und den Kommentar überwenden, wenn Rewano schreit, sagt Ich schrei doch nicht, die Kommentare drüber Was hat gerade Rewano wirklich gesagt, er schreit nicht Ja, seht da, liebe Leute Ich schrei doch gar nicht, also nur ein bisschen Was habt ihr da hingegen? Haha So, ich hab das Objekt in Sicht Da ist der Meerrichtung Lager, das in der Richtung, äh Ozean Dasselbe Stelle wie vorher Aber trotzdem bisschen mit rumgucken, ne Weil, das sind jetzt ja gerade, sozusagen, Frischfleisch für oder kann Oder, oder? Aber es ist kein Problem, ich hab die Knarre dabei, ist es geladen Ich hab nur, ich hab fünf Schuss Oh, ja Äh, ich hör, was hier ist im Krieg Jaja, da kämpft einer gegen Mega Schildkröte Wenn, dann nimmt er sich gleich die ganzen Hartgegner hier Hast du gerade drei Schwanzhebeln gebraucht? Ungefähr Alter, du hast einen Strike mal mit einem One-Shop weggeknallt, jetzt brauchst du drei für eine Schildkröte Ja, das ist level-abhängig Äh, Schildkröte ist ein Tank, also absolut Ja, aber trotzdem Der, 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 der Baumstimm fängt Der, 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 der We all live in the Big Fat of Marine Big Fat of Marine Und jetzt wird Bass, komm, nochmal Du, 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 du Komm sing Ich du, ich du, ich du Ich du, ich du Halt hier grüder Streifen, da müssen wir doch hin Komm, Onkel, komm, komm, los, Onkel, komm, 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 tu es, komm Was denn? Was, 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 was? Sitzplatz, komm Seidebach Seidebach, oh, das ist so eine nervische Werbung, also echt Seidebach Ich hab ja nichts, ich hab ja nichts gegen das Saarland, aber Es gibt die Werbung, die da alles verhindern Ey, ich weiß das auch nicht, ey, da rastet einer von Hause Boah, klick, 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 klick Bist du am Hyperventilieren, oder? Nee, ich bin grad am Bärenfressen Gucken, gucken und zucken Gucken und zucken Boah, Alter Hä, wo ist denn das Bino, der war denn hier oder? Ich hab keine Ahnung, wo die wieder hier rumrennen Ich sitz jetzt hier grad beim grünen Streifen noch, weil der ist grad neben uns aufgetaucht, den lass ich mir jetzt nicht hingehen Achso, ja, die kann man euch mitnehmen Na, da kommt, da hinten kommt was angewandt Dedeedeedeede Das Esse, der alte, der alte Hausmeister Sei nicht immer so stur, geh weg Geh weg, Baum Kannst du das Bino töten? Nein, wir sollen den ja, äh, du kannst den ja mit Mund zu Mund wiederbeleben Gucken wir mal, ob der andere ist, wo dann siehst du Ja, ich seh schon Spino, komm mal her Rewano kommt ja vom anderen Ufer, da müsst ihr jetzt ein Foto stellen Boah, das soll doch mal... Was? Dann kommt das scheiß Ding hier runter, endlich, ey Ey, das ist grad mal auf halbem Wege Boah, der Spino sieht geil aus Was ist denn weg hier? Boah, der Spino sieht geil aus Ich hoffe, dass der Spino Level 180 ist Jo, genau, also Rewano, ne Wenn du von deinem Raptor absteigst wegen dem Spino, dann stell der auf Passiv Mhm Ich hab mein Drake auch schon auf Passiv gestellt Ja, okay Ich sag's bloß, weil das ist dein Raptor ganz schnell tot bei dem Spino Also, da muss ich auf T drücken, ne T wie T und so Und dann wo drauf stellen? Ein bisschen Stop all, oder? Achso, Passiv Ja, hab ich doch jetzt Ja, ist da ganz ruhig, ey Das kann man sich ja eigentlich ganz leicht merken, T wie Passiv Mhm Okay, ich geh was zu essen, der guckt schon wieder hier auf den König-der-Löwen-Ausguck-Plattform hier Ja, von mir am besten angreifen kann Darf ich dich, darf ich dich Simba nennen? Du schießt den gleichen Pfeilkopf, ne Dann schlaf ich doch Ich will doch nicht Na, was macht der Schönes? Wo ist der Typus Rafiki, weiße? Wo ist der Typus Rafiki? Das war nur Rafiki Was? Alter, warum macht ihr so'n Scheiß, Alter? Wer hat mich denn jetzt gefeilt, Alter? Alter, wenn ich wieder wach werde, ich schwör's dir aber Ich steck dir den Pfeil im Arsch, Alter Ich weiß nicht So, da ist komplette Kleidung drin Von Handschuhe bis allen Wirklichen Scheiß Och man, ich wollte ihn grad mit Narko-Berries füttern Komm, machen wir uns Gib ihm Simberry Ach, scheiße, weißt du, dass wir das Narko daheim vergessen haben? Rückzug Rückzug Ach so, okay Das ist jetzt stimmt die Farme nebenbei Alter, wenn der Spino jetzt kommt und mich frisst, weil ich hier so wie ein Nickerchen halbes Snack hier am Boden lieg, ja? Dann werde ich diesen Tribe anzünden Alter, ist er jetzt na scheiße Ja, ich bin wieder warm, Alter Siehste, die... Ihr müsst schon 20 Pfeile in mich reinballern, ne? Die wirken sich Mein Kadaverkörper ist immun gegen die Anarkotike Wer hat... wer hat eigentlich geschossen? Wer war das eigentlich? Ich nicht Ich gehörte, du bist Nero in deiner Nähe War das... war das Nero oder SZ Wert geschossen? Nein, SZ was? Nein, Nero Wo ist der? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ich war das... das war hundert Prozess Ich warte, das war hundert Prozess ich bin hinter irgendjemanden ja hinter mir sie sind wohl der blab die volle ist er auf jeden fall spieler ja das ist das ist die so nette den gehören okay diese mücken schon wieder ja das ist so nervig nur ich schenk fest dünn da wo er die stunden haben gerade ziemlich betruglich ja ich bin beim einschlafen wundern gefallen du bist jetzt tot du bist beim einschlafen wundern du musst dich anschnallen beim schlafen was machst du hier wer ist das hier vor mir hab dich liebbettdeck im ohr nero der back hier gerade in der lobe was macht nero da ihr macht ja bei euch das gleiche hier du brauchst die betäubungspfeile noch spiel dir noch mal an jetzt hör doch mal auf mit dem scheiß geil da ist sie gerade boden gepackt und auf knien immer wieder hin und her geflogen so krass die welt hier ohne witz das ist so geil das ist alles der asset du geiles stück können wir ja greifen den spino an jetzt ja aber doch nicht aber doch nicht von hier aus oder weil da ist ja da stehen unsere dinos rum das wäre doch gemisch folgt mir mal der asset ist gerade voll in den spino reingerannt bei mir auch gerade in glücklichkeit steht der aber irgendwo am berg das war jetzt echt lustig ich wollte gerade ja hallo weiter links weiter links er kommt zu mir jetzt mal kein witz sollen wir jetzt mal alle auf den spino ballern ja aber nicht von dort wo die dino stehen du Nasenberg ach so ja weiß ich doch ich weiß ja nicht wo ihr seid ach ihr seid ihr seid ihr AHHHHH hinter dir hinter dir hier Alter der Kinderswollmer von oben oder von wo oder wie ein stinkender weh aber die Lokomotionen so und die Nuss wir lassen doch hier ein stinkender Dino guck mal hier ist ein schöner Felsen komm Rewano halt mal kurz ja 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 da oben auf dem Felsen drauf aber nicht zu nah an die Base die haben Minigans ja wo sind die in Base was da oben auf den Berg ja die haben Minigans das ist doch das ist bestimmte größte Bande genauer wird wer ist das weil die haben gesagt die hätten der Bewerbte größte Händler nicht so ein bisschen oder auch war so sind wir alle hier ja als sich zum Frames gerade der Klauen den einfach den Spino lassen lassen was zum Besuch ist ja Jo kommt okay dann aber er hat nachladen einfach nur drücken da brauchst nicht spannen oder so nicht haben wir drücken ja das ist aber der macht genau zu unseren Dinos verdammt ja ja der guckt und zuckt ein bisschen ein Oaar und Uaar auch wir sind der Welt ja der Welt ja der Wohl der Leckland ist und das der Petter schlägt das schon das herr der schlägt schon Nein der hat sich herum der schläft ein b er will mich beißen Ja, dann lauf. Ja, ich lauf, sagste. Aber nicht zu unseren Dinos. Nein, ich laufe zu euch. Schieß doch Pfeile. Ja, du gehst in Richtung uns, Houdino. Nein. Welche Spacken, Alter. Jetzt schnell. Jetzt, jetzt ist er weg. Oh, schön. Alter. Ich hätte mich doch nicht mit Schafsbund einschmieren sollen. Ich habe einen Pfeil im Arm. Das Problem, das war alles Betäubungspfeile. Dann musst du gleich schlafen. Ich habe vorhin auch mich gerechnet und habe auf den Nero geballert. Betäubungspfeiler, aber irgendwie ist er gar nicht umgefallen. Bis die in den Mund dagegen. Ich habe eine sehr gute Resistenz. Also da muss ich ja zwei Pfeile reinrücken. Ich habe gar nichts mit, um den zu zählen. Ich bin doch schon hier. Alter, du bist doch schon hier. Nein, ich bin doch nicht so viele Pfeile verschwunden. Oh, das kommt hier auf einmal aus der Wiese raus. Weil wir haben schon diesen Backstil, die Wiese so nach oben zart. Das ist eine große Grasheiber. Der ist von mir weg, seitdem ich die Grafik hochschrauben kann. Wollen wir den erst aushungern lassen oder nicht? Aber was soll ich denn? Ich haue jetzt noch mal rohes Fleisch rein. Alter, hat die Zähne. Nee, mach das nicht. Wir waren nur ein, du eine Aushunger. Es geht schneller mit dem Aushungern lassen. Alter, hat die Zähne. Guck dir das mal an. Ja, aber ob man jetzt was der für eine große Zahnbürste brauche? Der nimmt Dodo. Fünf Spinos, aber die haben keine Probleme mehr. Ja, dann gehen wir jetzt auf. Wenn wir den Spinos schon zähmen können, dann können wir jetzt eigentlich... Wir hatten jetzt eigentlich einen Weisenhut mit. Nö, ich kann noch mal ein Lagerfeuer machen bestimmt. Wieso Lagerfeuer? Na, weil wir zum Ziel in eine Weisenhut mitzuhaufen. Das wird das wir, dass wir mit Neutralkratzen, dass die uns nicht angreifen. Ich habe weißen Schädel. Ja, ich baue mal ein. Ich habe gerade einen Weisenhut gebaut. Ich setze ihn jetzt auf. Jetzt kannst du doch einen bauen, weil ich habe gar keine Materialien, nichts. Äh, ich guck mal. Ja, ich kann einen bauen noch, ja. Für mich denn auch, bitte. Denkst du, das interessiert die? Ja. Ja, wenn nur angegriffen werden, ist auch scheiße dann, weißt du? Jawohl, ich kann den herstellen. So, ich habe vor meinen Füßen gelegt. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ich weiß nicht, wo bist du denn? Zwei Hüte, ja vor mir. Vor, hier. Ach du blöd, wo bist du denn? Ja, da wo der Dicke steht hier. Ne, Materia heißt der. Bei Materia bin ich. Ey, lass mich zurück in Ruhe. Ey, warum rennt Materia weg? Ach so, das sitzt dann da drauf. Ich dachte schon, der haut ab. Okay, bin da. Amok, ja hier, zwei Hütchen habe ich hingelegt. Braucht noch jemand einen weißen Helm? Einen Hut? Nö, nö, ich habe nicht. Nö, ich mache nicht mehr selten. Boah, ich stehe auf diesen. Boah, guck der mal, ey. Wie groß der ist. Dann hat jemand eine Standfackel oder ein Lagerfackel, das ist daneben, aufbaut. Ich sammle ihn gerade dafür. Wegen Kennzeichnen. Narko-Berrys. Narko-Berrys sind jede Menge aufklettern. Oh, der ist ja noch Level 32. Der Baby-Spino. Also, Baby-Spino. Hauptsache, Spino. Ja, stimmt. Die Rückenflosse ist voll hoch von dem, ey. Wenn der jetzt aufmacht wie sowas von tot. Freunde, ich habe doch mal so eine Idee. Wenn wir den Spino nachher haben, ich hätte gerne einfach, weil es das Spiel einfach, ich hätte gerne einen T-Rex noch. Wollen wir uns da nachher noch einen T-Rex holen? Boah, Alter, bleib doch mal ganz ruhig. Ja, was ist denn los mit dir, Alter? Na, T-Rex. Ich bleib doch mal ruhig. Weißt du, kaum hat der Pole eingenommen, will er sofort die Welt. Das ist voll der Hitler. Warum wechselt der bei mir nicht die Waffe jetzt? Da, der Blitzkrieg, Alter, Blitzkrieg, Dino-Zähmung. Was macht ihr da? Ach, die Werf die ganze Zeit, die Bärchen dahin. Also, ich sage nur ein bisschen, nimm sich besser mit uns ein. Aufgabenverteilung, grad, soll ich auch was mit sammeln, weil sonst sammle ich schon mal bei der Hälfte. Hölze durch. Fleisch, dann geh ich ein bisschen jagen mit meinen kleinen Raktor. Wir können jagen, genau. Hier unten sind eins, zwei, drei, vier. Vier Schildkröten. Ich komm, wer geht mit mir ja? Ich hab ja kenn, ich hab ja den Raptor nicht mit Ich hab ja den Raptor nicht mit Ich sag dein Onkel, du kannst den nehmen Na du? Wo bist du? Wir haben doch zwei Raptoren, oder? Ja, ich bin mal ich Kannst du mal bitte mit dem viel zu mir kommen Ich seh hier nichts durch dieses Gras Ich seh hier nichts wirklich Ja, ich bin ja Achso, okay, da bist du, Dinamo Du hast dich, wir beide gehen wieder Ach, da ist er Wir sind eingeschwiertes Raptor-Tipp Ich wollte doch mit dem Raptor mitmachen Und jetzt bist du mit meinem Raptor wäre So, warte hier, warte hier, warte hier Kann ausschlafen, was so gut Geh doch Ich hätte auch, ich hätte auch Holz genommen können sonst ist es keine Ahnung Bitte So, also fleischern So, wie war das hier oben? So, wie war das abgeht? Warno? Ja, ich bin da, komm, wir Das sieht grad so aus, als würdest du so Hä, du hängst ja an dem Raptor dran, ne? Nein, ich Was ist das denn? Was ist das denn? Ich sage, bei mir leckt hier auch übelst das Spiel Alter, du hängst, hey, guck mal der Onkel, der sitzt gar nicht drauf Der hat sich doch aus, als würdest du grad den anpinkeln wollen Oder irgendwie Ganz ehrlich, bei mir sah er normal aus Keine Ahnung, was du schon wieder geraucht hast Äh, wie machen wir das jetzt? Ach, noch, 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 du kommst so mit, oder was? Ja, doch Na, weil, da hättest du doch, da hättest du doch ein Track oder so mitnehmen können, oder keine Ahnung Wofür? Die kleine Hände, höchst du nicht Das sind ja so wenig Energie Obwohl... Ach, scheiße, ich will es gar nicht, was du jetzt... Was man jetzt, ich will, hier ist nämlich nix Fleisch wollen wir jagen Ja, Mo, sagt der, hier, wenn irgendwo fiel, schön, gut Ja, ja, der hat hier jetzt gesehen Was? Dann hat er auch mit Langello, Leonardo Bloß geht ja auch darum, dass wir uns alle geht So was ist, wir müssen dann das Fleisch auf jeden Fall schnell aus dem Raptor rauszunehmen, sonst wir müssen dann also zusammen das Spiel, wir können ja eigentlich Fleisch Ich will Fleischform und alles wieder weg, wo ich rausnehme wollte Hey, wir lassen dich auch extra auswohnen, deswegen damit er schneller gezähmt wird Also ich sag mal so, wo Rewano und ich unterwegs waren, kamen wir mit 300 Fleisch wieder und zwei Raptoren, also Ok, zucki geht halt, ja Easy Aber fang jetzt nicht an den Triceratops zu jagen Ähm, ich geb ihm trotzdem schon mal die Narko-Bären, okay? Ja, Narko-Bären ist okay Du kannst ja auch gleich, äh, die... Die Narko ist doch bekannt zu da auch geben Hier sind Schildkröten, Onkel, kommst du? Ich seh dich nicht, Rewano Oh, hier, ich bin hinter dir Nach da hinten, okay Komm Das sieht so ulkig aus, ey, wie der Onkel neben den Raptor reitet Als würde der so dranhängen Heftig Also ich hab gerade einen wunderschönen Strandspaziergang mit meinem Trike Mit der kleinen dicken Den Zeitlook, oder? Hier im Gebüsch ist einer, komm Naja, ich mach den Schaden Wo denn? Naja Habt ihr nicht gesehen? Ich hab hier eine, Wasser Naja, hier ist einer Ja, aber ich mach ja auch jetzt 600 Schaden Also die sind rucki-zucki sind die Tode Direkt ausgelutscht und Baum hab ich auch noch weggeknallt hier Man Raptor ist voll Amok, äh, voll die Maschine Alter, der fliegt weg! Alter! Der fliegt weg! Der fliegt weg! Der fliegt weg! Der fliegt weg! Kommt ihr doch mal runter! Nö, die fliegt jetzt in Small from Spinor Nö, von mir steht's noch in der Luft Bei mir auch Krass Alter, die Schildkröter zur Angst vor dir, dass die abgehoben ist, eh Kann man die vielleicht runter schießen? Ja, ich schieße mal runter, ich guck mal was das bringt Mann! Mobil, komm runter alter Rapper Ich habe Dodo ENTED Nö, schieße coding Tool Unsch Der fliegt weg! Unsere Magic L ansteckt ließ sti ist was auch immer bei uns erwartet auf jeden Fall und so muss ich gepackst ich würde es auch noch nach der�도er in seiner Austin Ronald Pio DT Warum schwebt da oben eine Schildkröte? So, ein ganz ganz schneller ein ganz schneller Rät. Nee, ich hab den Flugsaal hier runtergeholt, aber der hängt jetzt an. Ein Flugsaal, ja. Hey, geholt daran nicht pfeifen, hör auf. Ich richte jetzt nicht runter. das leckt ich kann mit dem dino gar nicht zuschlagen so leckt das hier was ist denn nur wieder los wir gehen heute nicht immer los das sammelt das sammelt einfach fleisch ein und ohne sich schlagt doch gut oder es sieht schon lustig aus der schildkröte höher fliegen kann als es anerfiegt als der flugs auch ja ich finde es ist gerade lustig dass dort das bino ist gerade bei mir immer hinten 10 das gerade noch mal von der luftgefahren kann also von auch noch mal runtergefressen was ist denn los mit ihm die schmerzen also hier leckt alles übel zu machen macht und beitren nach spät erhält haben sollte man rechner aus schweißen Prozent der Läge der Läge zu hoffen noch Tor die Schlau-Problemanung ja einmal links hoch links hoch da ist ein Treib ja ich sehe es wird es liegt vor mir und er solltet werden oder was mal klar Fleisch Ich pull den mal. Ja, schaffe ich den? Ja, klar. Wo ist denn jetzt, Rivano? Ja, dann pull den mal bitte. Dann werde ich den von hinten fliegen. Bums, ins Genick geschossen. Hä? Oder auch nicht? Du musst dir mit helfen, Rivano, mit dem Vieh. Achtung, nicht erschrecken. Doch, doch. Was ist denn jetzt los, Alter? Warum bist du jetzt von dem Dino abgehauen? Ja, weil ich geguckt habe, wann ihr kommt. Soll ich graben? Jetzt wird der erstmal in den Arsch gebissen. Der Triceratops ist fast tot. Oha, der piekst mich voll. Der hat mich voll gepikst, jo. Ne, wobei, der ist auch gestürzt. Mal wieder im Wasser. Weil, man, du bist gestorben. Scheiße. Bist du? Weißt du, das ist keinem, der zählt, doch. Brauch einer von euch Fleisch? Ja, irgendjemand zählt ja. Wir bringen mal Fleisch, einfach mal ein Raptor, und dann kann das rausholen. Das Fleisch tue ich als in meinen Fleischstrecken, damit das nicht weggeht. Dreh dich mal um, ich kann das Fleisch rausnehmen. Hast du gehört, Rivano? Ja, bitte. Wir sollen das Fleisch irgendwo hinbringen, da tötest du dann seinen Drake. Achso. Ja, der kann sich das ja rausnehmen, ja. Oder Lagerfeuer oder sowas. Irgendwas. Ja, hast du genommen, sauber. Zum Lagerfeuer oder sowas. Ich hab hier auch nochmal Fleisch. Der Spino ist verletzt. Ja, was du brauchst? Wozu, um das zu markieren? Genau. Er blutet. Das ist einfach eine Absicherung, dass die entweder unseren Spino nicht töten, oder uns nicht töten, oder das ist einfach bloß eine Absicherung, dass wir gerade hier am Werkeln sind. Und gerade, wenn wir so nah an dem anderen Lager sind, ist da überhaupt jemand anleihen von dem anderen Lager? Ich weiß noch nicht mehr, wie es anleihen ist. Michael Wail was, oh scheiße, das sind vier leider anleihen. Naja, die würden sofort mit dem Panzer vorbeikommen und uns wegballern, ne? Ja, aber durch den weißen Helm sind wir neutral. Ja, durch den weißen Helm sind wir heilig, ja. Dann müssen wir uns vorbeilaufen. Notfalls, wir haben Ankelo. Eben. Ja. Nimmt jemand das Fleisch aus meinem Vieh, dann kann ich mich weitermachen. Naja, nimm das Fleisch aus dem Raptor im Mund. Wo bist du? Die Namo steht neben mir. Onkel, hast du die Zeit im Visier? Ja, wir sind bei 22 Minuten. Ja, wir sind fertig. Alter, ja, dann verabschiede ich uns mal, oder? Ja, alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Ja, war wieder eine richtig coole Folge und ich hoffe, dass wir bald den Spino dann bekehrt haben. Das geile Vieh. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß. Ciao. 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 Tus.